Da ist der Sieger, Lemmerburg Kedema, steht hier bei mir auf der Bühne, einen riesen steinigen Applaus bitte für den Sieger. Lemmerburg, ein gutes Gefühl, wenn man so einen Applaus bekommt und ich nehme an für dich auch ein gutes Gefühl. Ich hoffe, du warst mit deiner Leistung zufrieden, war eine tolle Zeit. Ich habe schon lange Zeit verletzt gehabt, heute ist meine erste Wettkampf, ich bin sehr glücklich. Wir sind auch glücklich, 2015, das ist die Marke, die für dich wichtig ist, für die Weltmeisterschaft, die Qualifikationsmarke. Ich glaube, nach diesem Halbmarathon heute hier ist das eine Zeit, die man durchaus im Laufe der Saison, im Laufe der nächsten Monate erreichen kann. Ja, genau, ich habe meine Ziele, die nächste Wettmeisterschaft in Lemmerburg und diese Halbmarathon ist für mich eine Vorbereitung. Und ich habe zwei Wochen später, den ich habe, ins Marathon. Aber ja, ich bin jetzt ein bisschen in gut shape und schauen wir mal. Also, vorn passt, gut shape. Ganz kurz noch eine private Frage. Du kommst, glaube ich, aus einer großen Familie. Ihr seid sieben Kinder in Äthiopien. Gibt es hin und wieder noch die Möglichkeit, zurück in die Heimat zu fahren für dich? Einen Besuch in der Heimat zu machen? Äh, wie weiß ich mich auch, kann ich so sagen. Aber ich vermisse meine Familie. Ich habe auch sieben Geschwister. Und ich habe auch acht und fünf Tage. Ja, ich sage das hier auch. Wir sagen Dankeschön. Ja, wir sagen Dankeschön.